Darauf erst mal eine Pizza mit Ananas. Apropos Pizza mit Ananas, meine Freunde. Pineapple on Pizza? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich weiß nicht, warum es in diesem Spiel geht. Wir spielen einfach rein. 100 ist Untergrenze. Krass. Warum haben wir so unterschiedliche Songs hier? So, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Wieso ist die Musik so laut? Da spielt sie. Man spielt sie, ey. Hallo, alles Moin. Es geht um Pizza. Ja. Oh, man hat schon Errungenschaft fürs Starten bekommen. Oh. Okay. Also hier gibt es, glaube ich, wenig Text. Aber man sieht so... Ja, man sieht halt so ein bisschen Eindrücke. Ich weiß, ich bin mir nicht so ganz sicher. Andy. Ja, ähm. Ja. Ich weiß noch nicht so genau. Es ist meine Damen. Sie sind auf jeden Fall glücklich, mich zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwas machen kann. Ich kann mich ducken. Da siehst du uns? Ich sehe uns da auch. Ich weiß gar nicht, warum hier alle tanzen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Es ist süß. Ein bisschen verstört. Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Aha. Aha. Gut, dass wir unten auch unsere Tanznüßchen haben. Ich fühl's. Ich fühl's. Du hast Buh gesehen. Welcher ist Buh? Die tanzen ja alle. Ich kann nichts machen. Ich kann mir die nur angucken. Was passiert hier? Ich versuch mal irgendwas anzuklicken oder so. Oh, hier kann ich hier irgendwas tun? Oh, das sieht cool aus. Ich mach mal alles gleich. Jetzt Bude. So geht's bei dir immer in der Küche ab, wenn die Ananas-Pizza im Ofen ist. Ja, ja. Leute, die Ananas-Pizza mögen. Da. Da. Glückliche Menschen einfach. Glückliche Menschen. Das war die Macarena. Also, ich stelle sie mir auch vor. Sehr gut, Holy. Aber man sieht so... Ja, hier sind so... Hier wird so Kohl angebaut. Da ist Mais. Angezuckt. Hallo. Ich nähe so den Game-Titel und bin froh. Die sind auch glücklich. Wir machen bestimmt auch mit. Einfach einreihen. Einfach einreihen. Die gehören nicht auf eine Pizza. Stimmt. Gut, die macht Sport. Die machen Sport am Strand. Ja. Ich will auch mitmachen. Sie schreien alle innerlich. Tun sie gar nicht. Ich will auch füdern. Ey. Birdrand gab's als Errungenschaft. Sweet. Hallo, Paradoxen. Ich laufe mal weiter. In welche Richtung? Diese Richtung? Diese Richtung. 100% Animationsopfer? Hä? Ja? Hä? Was? Das ist doch voll gut. Oh mein Gott, die hüpfen! Ich will auch hüpfen. Ich will auch im Kreis hüpfen. Das ist doch mein Dance-Stil. Das liebe ich. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Äh, Skilled Dancer gab's als Errungenschaft. Okay, man bekommt einfach Errungenschaft, wenn man sich irgendwas anguckt. Hallo? Skilgröde! Skilgröde! Oh, Turtle! Das ist auch eine Errungenschaft. Turtle! Ist sie nicht süß? Ist sie nicht süß? Sie ist süß. Warum sind alle so glücklich? Warum sind alle... Ich glaube, die sind gefangen. Kuck mal, dieser... Dieser verstörte... Dieses verstörte Lachen. Ich bin glücklich. Ich bin richtig glücklich. Guck mal, wie glücklich ich bin. Ist das so, wie mein Name ist? Ich hab keine Ahnung. So, okay. Ich glaube, wir gehen weiter in die... Nee, hier ist glaube ich nicht. Was ist hier? Ist das neu? Das ist auch neu. Hier ist der Hinten, mein Körbis ist glücklich. Und da hinten können wir auch noch hin. Everything is awesome! Danke für den Folgen. War es jetzt Horror ein? Guck dir dieses... Bitte, Leute! Oh nein, es ist so schlimm! Kann ich eigentlich ins Wasser? Oh, es geht nicht. Ich bin gefangen auf dieser Insel, wo alle lachen. Das ist ein Stein. Warum ein Hai hier? Echt? Haben wir hier schon? Bin ich sicher. Ich bin jetzt auch immer um so einen Stein rum. Das ist alles so glücklich. Oh mein Gott. Das bin ich. Das bin ich da oben. Rock'n'Roll! Das ist ein bisschen wie Disneyland. Da ist eine Möwe! Oh Gott, die sind süß! Oh! Bench! Ich habe eine Errungenschaft für Bench einfach bekommen. Oh, Top'nein! Oh nein! Ja, sicher so. Boah, die Haltung könnte ich nicht so lange durchhalten. Die machen zur Musik auch, ne? Ich will auch mit hüpfen, wartet. Oh, sweet! Ich habe eine Errungenschaft fürs Baby bekommen. Oh, es ist genauso glücklich wie die Großen. Oh, es ist genauso glücklich wie die Großen. Oh, es ist genauso glücklich wie die Großen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hinlaufe, ehrlich gesagt. Lauf ich gerade wieder zurück? Oh, von hier kamen wir, shit! Ich laufe wieder dahin. Obwohl, warte mal. Wenn ich hier wieder reinlaufe und dann da hoch... Was ist denn das für ein Spiel? Das soll so ein bisschen die Kultur zeigen. Oh, hier ist ein Dings. So kulturelle Tänze und ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß nicht, was genau mir das sagen soll. Ist aber ganz lief. Kann da rein? Oha! Oha! Kann ich sterben? Hallo, hallo. Hallo, bring. Spring nicht rein. Hm. Da hinten waren wir auch schon. Da ein Tierrichter. Wie gibt's hier? Gibt's ein Ende? Da hinten waren wir auch schon. Achso, für die Kinder. Die Plantagen habe ich auch eine Errungenschaft bekommen. Aber wir sind doch gerade schon vorbei. Da dämonen wir auch. Post 1. Äh, ich versuche gleich nochmal zum Vulkan zu laufen. Ha. Haben wir alles gesehen? Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesehen. Ich laufe im Kreis. Ich laufe im Kreis. Und nochmal da hin. Auf einmal wird die Pizza nicht so gegessen, wie wir sie hier essen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ich spring da jetzt rein. Es soll ja nur 5 Minuten dauern. Okay. Dann habe ich, denke ich, alles gesehen. Wahrscheinlich habe ich nicht ganz alles, alles gesehen. Hier oben dancen noch welche. Guck mal. Die hätten wir noch nicht. Aha. Cliff habe ich noch bekommen. Das sieht ja aus wie bei König der Löwen, dieser Berg. Das muss ich immer an denken. Bei solchen Erhöhungen denke ich immer König der Löwen. Da unten läuft irgendwas. Ist das eine Schildkröte? Da unten? Ne, doch nicht. Ne, das glaube ich nur ein Mensch, der keine Haare hat. Ich bin mir sicher. Hä? Das ist wirklich süß und friedlich. Ist ein bisschen creepy, weil die alle lachen. Aber das ist halt schon süß. So, gucken wir noch einmal. Da hinten waren wir. Wir waren auf den Feldern. Ja. Okay. Ich versuche immer in den Vulkan zu hüpfen. Ich bin im Vulkan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt mal. Das steigt. Ah. 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 The floor is lava. Oha. Gehen die Insel jetzt? Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich wollte nicht alle umbringen. Leute. Rettet euch. Rettet euch. Die Insel geht runter. Das ist doch noch ein Horrorspiel. Leider. Nein. Nein. Oh mein Gott. Du kannst steuern. Was kann ich steuern? Hä? Was kann ich steuern? Ah. 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 Oh mein Gott. Nein. Nein. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh mein Gott. Es war alles so schön. Ich habe einfach alles zerstört. Nein. Die sterben alle. Ah. 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 Nein. Das Baby. Oh mein Gott. Das arme Baby. Ähm. 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 Es breitet sich immer noch weiter aus. Ne? Oh mein Gott. Was ist hier? Was ist hier? Oh. Der Mais. Popcorn. Popcorn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die gehen alle unter. Nein. Es ist so schrecklich. Was habe ich getan? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist irgendwie voll traurig. Oh guckt mal. Das sieht aus wie eine Ananas Pizza. Ach wie cool. Das ist ja richtig lustig. Hahaha. Wie gut. Hahaha. 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 Das war schon richtig gut. Oh mein Gott. Hahaha. Hahaha. Wie sad aber irgendwie auch. Hahaha. Das war's. Genau. Das ist nur so ein 5 Minuten Spiel. Das war's. Das ist, das ist die Pointe des Spiels scheinbar. Dass man da reingeht und dann, dass es die Form von Ananas Pizza hat. Hahaha. Das war das Spiel. Hahaha. Hahaha.